Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Delta-Mageco Max Solo holt auf die 1.0 und startet. Was war das nur für ein Winter und Frühling? Ich kann mich nicht erinnern, über die Winter- und Frühlingsmonate so wenig in der Luft gewesen zu sein wie in diesem Jahr. Das Wetter war so unbeständig, dass es kaum mal zu einem Tagesausflug reichte. Unsere diesjährige große Reise ist zwar nun auch schon wieder drei Wochen her, allerdings nimmt die Aufbereitung und Videoerstellung etwas mehr Zeit in Anspruch, das dauert also noch ein Weilchen. Aber so ein Tagesausflug wie dieser hier von letzter Woche Dienstag, das ist doch relativ schnell gemacht. Ich möchte heute zu einem Flugplatz in den Niederlanden fliegen, den ich letztes Jahr als Fußgänger besucht hatte. Der hat mir so gut gefallen, dass er ganz oben stand für einen Tagestrip in 2024. Da unser Segelflugplatz keine ICAO-Kennung hat, fliege ich meistens zunächst nach Mendig oder Hangelaar und von dort mit Flugplan weiter zum Ziel. Natürlich kann man auch von der Mönchsheide ins Ausland fliegen, aber ich hatte bereits zweimal eine längere Diskussion mit ausländischen Fluglotsen, die einen Flugplatz ohne ICAO-Kennung weder nachvollziehen, noch in ihren Listen eintragen können. Und so gehe ich auf diese Weise dieser unerquicklichen Diskussion von vornherein aus dem Weg. Nun bin ich also erst einmal in Bonhangelaar, mache mich aber unverzüglich wieder auf den Weg. Hangelaar Radio, Delta, Mac, Echo, Mac, Zulu nochmal. Ja, Delta, Mac, Zulu wieder, CT wieder, eine Person, mit Flugplan geht es jetzt nach Mitten-Seeland-Holland-Eco-Hotel, Mac, Zulu. Falls möglich, bitte Flugplan öffnen und ich rolle nun zur 29. Mike, Echo, Mac, Zulu verstanden, 29 ist korrekt, QNH-1016. Und das QNH-1016, Delta, Mike, Zulu. Delta, Mac, Echo, Mac, Zulu, abflugbereit, 29, rollt auf die B-Stone und startet. Mike, Zulu, Plan ist geöffnet, 1-6. Wunderbar, ich danke fürs Öffnen, tschüss. Mike, Zulu verlässt die Frequenz und die Platzrunde Richtung festen, ciao. Guten Flug, tschüss. Langinformation, schönen guten Morgen, Delta, Mac, Echo, Mac, Zulu. Delta, Mac, Echo, Mac, Zulu, lang, hallo. Delta, Mac, Echo, Mac, Zulu, an der CT, eine Person, soeben von Hangelaar gestartet, 1500 Fuß. Auf dem Weg mit Flugplan nach Mitten-Seeland, Echo, Hotel, Mac, Zulu, für Fluginformation, bitte. Das QNH-1016, QNH-1016, QNH-4451 kommt, Delta, Mac, Zulu. Ne, bin ich nicht aktiv. Ah, wunderbar, dann kann ich das ein bisschen abkürzen, danke. Werfen wir nun wie immer einen Blick auf das Routing. Folgenden Flugplan habe ich gefeilt und ihn auch genauso abgeflogen. Ich habe ganze vier Waypoints auf meinem Weg. Der Afnaf bei Köln, der Dibier an der deutsch-niederländischen Grenze, der internationale Airport Eindhoven und noch den Kudat, bevor dann die Landung in der Provinz Seeland bevorsteht. Seeland besteht aus einer Reihe von Inseln, Halbinseln und einem Stück Festland an der Grenze zu Belgien. Ein Blick auf das Navlock zeigt, dass alle Waypoints etwa 20 Minuten auseinander liegen und damit für einen Flugplan perfekt sind. Als Reiseflughöhe habe ich mir 3300 Fuß ausgesucht, weil ich diese Höhe auf der ganzen Strecke beibehalten kann. Naja, eine kleine Änderung gab es dann noch an diesem Plan, doch dazu später mehr. Geplant ist, hier durch den Tunnel von Nörvenich-Köln zu fliegen und danach auf 3300 Fuß zu steigen. Der Lotse macht mich aber freundlicherweise gleich darauf aufmerksam, dass Nörvenich nicht aktiv ist, also kann ich auch gleich den Kurs auf den Waypoint Dibier an der holländischen Grenze aufnehmen. Danach geht es über den Flughafen Eindhoven hinweg. An etwa dieser Stelle hier schickt mich Dutch Mill zum Tower. Und ab hier fliege ich dann wieder mit FIS. Der Luftraum Gilze geht bis 3000 Fuß, den kann ich also mit 3300 einfach überfliegen. Den Kudat habe ich eigentlich nur gewählt, um die verschiedenen Warn- und Sprungzonen, um den Flugplatz Breda Eco-Hotels Sierra Eco zu vermeiden. Ich kürze die Route hier aber ein wenig ab. Danach genieße ich den Anflug auf Seeland. Zu beachten sind zum einen der Entry Point, hier in der Mitte der Platzrunde, sowie die beiden Lärmschutzgebiete über den vielen Ferienhäusern und der Marina. Und nun geht es im Cockpit weiter. Hier bin ich etwa 15 Minuten vor der niederländischen Grenze. 132-350, danke, tschüss. DAS 1PB 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 Im weiteren Verlauf des Fluges habe ich eine Sache so nicht erwartet, weil ich es meistens anders erlebe. Ich gehe davon aus, dass ich mit Eindhoven Approach weiterfliege, da ich auf 3300 Fuß unterwegs bin und die CTA bei 3000 Fuß endet. Ich muss allerdings gestehen, dass ich die Aufforderung von FIS auf 3000 Fuß zu sinken deshalb auch überhört habe. Ich wundere mich allerdings darüber, dass mich der Tower auf 3300 Fuß weiterfliegen lässt. Aber es dauert nicht lange, da kommt die Aufforderung zum Sinken. Und nun ist alles wieder in bester Ordnung. Interessant ist auch, dass mich sowohl FIS als auch der Tower ohne Squawk fliegen lässt. Das ist eher ungewöhnlich, denn hier herrscht reger internationaler Flugverkehr. Delta Mike Echo noch von der Zulu-Deutschmühlen. Delta Mike Echo, Mike Zulu, geht es. Okay, sind Sie in Kontakt mit Eindhoven? Delta Mike Echo, Mike Zulu, wenn möglich, würde ich mich auf Eindhoven移ern. Ich würde mich auf Eindhoven移ern, bitte. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Eindhoven Tower. Let me see if you can see, stand by and short. CS1-2005. Delta Mike Zulu, 131-005. Eindhoven Tower, good day. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Eindhoven, hello. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Type of aircraft is Foxtrot, Delta Charlie, Tango. BFR with flight plan from Echo Delta, Kilo Bravo to Echo Hotel, Mike Zulu. Current position is 3 miles east of reporting point. Mike, I would ask to cross your CTA Mike Midfield Hotel Oscar Whiskey. Delta Mike Zulu, crossing direct to Whiskey is approved. QNH-1-0-1-0-1-6. Delta Mike Echo, Mike Zulu, QNH-1-0-1-1-6. And direct Whiskey is approved. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Tower Wizard, Eindhoven, hello. Taxing, Romeo 7. OEC-83, Papa, Eindhoven, good day. RDA-03, line up on 8th. Line up, zero three, without A3, Papa. Delta Mike Zulu, descend to altitude 3000 feet. Delta Mike Echo, Mike Zulu, descending 3000. RDA-19-5, QNH-2 in sequence. RDA-205, Eindhoven, good day. In sequence, line up on 8th. RDA-03, fire on your 7th. RDA-7, line up on 8th. Zero three, in sequence. RDA-5, 2-0-1-6. DMAZ, Position Whiskey 3000 DMAZ, Roger, Freak change approved, good flight, bye bye Thank you for crossing, bye bye, DMAZ DMAZ, back on your frequency right now DMAZ, Roger DMAZ, Roger DMAZ, Roger DMAZ, Roger DMAZ, Roger DMAZ, I have 10 minutes left to Midden-Zeeland, I would like to change frequency DMAZ, switching Midden-Zeeland radio approved, bye bye sir Yes, bye bye and thank you for your services, DMAZ, Midden-Zeeland radio, good day, DMAZ, DMAZ, good morning, go ahead Yes, DMAZ, type of aircraft is Foxtrot, DMAZ, DMAZ, BFR with flight plan from ECO, DMAZ, current position is 15 miles, 10 minutes north east of your airport, to land please DMAZ, 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 will go to zero niner in the left hand circuit Let's have a���øse to go to zero niner in the left hand kit rail under the left hand booth, to land please Let a Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nun bin ich also in Midden-Seeland Airport, einem regionalen Flughafen, nicht weit von der holländischen Küste entfernt und mitten im Herzen der Provinz Seeland. Neben der allgemeinen Luftfahrt ist hier auch die Business Aviation zu Hause und zahlreiche Offshore-Unternehmen. Wer über Nacht bleiben möchte, erreicht das Fletcher Hotel Fähre fußläufig in ca. 20 Minuten und findet sich direkt am Ferser Meer wieder. Auch Mietautos kann man hier bekommen, aber im Grunde fährt man hier wohl besonders stilecht mit einem der vielen reservierbaren Feeds. Der nette junge Mann auf dem Tower holt mir das vorbestellte Fahrrad aus dem Hangar und pumpt mir sogar noch die Räder auf. Ich bin beeindruckt. Ein paar Tipps für eine Tour hat er auch noch parat, aber ich werde mich wohl heute mit dem vom letzten Jahr schon bekannten kleinen Örtchen Fähre begnügen und mich dort eine Weile in die Sonne setzen. Ein paar Stunden und 30 Kilometer später finde ich mich rechtzeitig auf der großzügigen Terrasse des Flugplatzes wieder und bereite meinen Rückflug vor. Die Route ist nahezu identisch. In Eindhoven werde ich dieses Mal gleich auf 3000 Fuß sinken und in Köln findet heute Abend das Achtelfinalspiel England-Georgien statt. Das wird zwar erst um 21 Uhr angepfiffen, aber weit räumig um das Müngersdorfer Stadion herum wird es bereits drei Stunden vorher ein Flugbeschränkungsgebiet geben, in das man nicht hineinfliegen darf. Da die Gefährdungslage auch kurzfristig noch geändert und der Radius des Beschränkungsgebietes entsprechend erweitert werden kann, fliege ich eine Stunde früher als ursprünglich geplant wieder los und mache sicherheitshalber einen größeren Bogen um das Fußballstadion. Entsprechend berücksichtige ich das auch in meinem Flugplan. Delta McEco Mike, Zulu, Leininger, Brannway 09er. Golf, Tango Golf, ist make an Orbit over right at Baselag, das auch in der Seite der Stadion abgibt. Delta McEco Mike, Zulu, Leininger, 0-9er. Traffekt vor, in derart. Die Fokussorten gelegt die Stadion gerade bis zum Verbrennen der Stadion zurückzuziehen, weil die Stadion auf Base, die Stadion aufbase verbinden. DLGG ist jetzt wieder auf BASAC für den Weg. DMAX Mark Zulu, bitte confirm, Flugplan ist open. Affirm, Flugplan ist aktiv. Sehr gut, dann DMAX Mark Zulu will leave Frequency to call PIS and departing via Nord-East. Bye-bye. Roger, have a good flight, bye-bye. Danke, wir besuchen Sie wieder. DMAX Mark Zulu, good day, DMAX Mark Zulu. DMAX Mark Zulu, go ahead. DMAX Mark Zulu, type of aircraft is Foxtrot Delta Charlie Tango, just airborne at Middel-Zeeland. Passing 1500, VFR with flight plan to ECO Delta Kilo Bravo. For flight information, please. DMAX Mark Zulu, Roger, flight in VAUD, QNH is 1016, how many persons on board? DMAX Mark Zulu, sorry, POV1. Copy, thank you. Nun bin ich gleich kurz vor der CTA Eindhoven. Ich melde dem Tower, was ich will. Dieses Mal bekomme ich auch einen Transponder-Code und muss dann lediglich wegen startenden Verkehrs südlich der Piste den Platz kreuzen. DMAX Mark Zulu, good day, DMAX Mark Zulu. DMAX Mark Zulu, Eindhoven Tower, good afternoon, direct to ECO, 3000 feet as approved, QNH is 1014, squawk 5475. DMAX Mark Zulu, DMAX Mark Zulu, in 3000 feet as approved, QNH 1014, squawk will be 5475. Fuller correction. DMAX Mark Zulu, DMAX Mark Zulu, Eindhoven Tower, to cross just south beam, the field due to Alman traffic, HW 03. DMAX Mark Zulu, Eindhoven Tower, to cross just south of the airfield. DMAX Mark Zulu, roger, will cross south of threshold 03. DMAX Mark Zulu, Roger, will cross south of threshold 03. Thank you. DMAX Mark Zulu, Eindhoven Tower, good day, to hold short time, Chromier 6. Ah, Zulu, Mkw 03, Wiesjr 1910. LANW 44, Mike, contact DutchMail, 125, Tsmo, 9830, good 5. DMAX Mark Zulu, 1593, thank you, fine. High low, Mkw 03, turning 5, 0 for visual approach, 0 for 03. C, Zulu, Mkw 35, 4, 1, to cross the airfield, good afternoon, servicewind 020 degrees, 400, Mkw 0, 6. O may 03, cleared to land. Clear to land 0-3 with 1-2-3-4 Wezer 9-2, via R6, R0-3, line up await Via R6, line up R0-3 in wait, Wezer 9-2 Wezer 9-2, 7-0-3, 0-degree, 5-1-0-0, clear to take off 0-3 To take off R0-3, Wezer 9-2 Delta-Mark, Echo-Mark, Sulu, position Echo 3000 Delta-Mark, Sulu, Roger, the biggest change is approved to squawk VFR 7000, goodbye, sir Delta-Mark, Echo-Mark, Sulu, squawk VFR will switch to Dutchmilk, bye-bye and thanks for crossing Welcome, tschüss! Tschüss! Nachdem ich nun die Kontrollzone hinter mich gelassen habe, genieße ich noch den Blick auf die 5. größte Stadt der Niederlande, Eindhoven. Sie ist bekannt als Zentrum von Technologie und Design und Ursprungsort des Elektronikkonzerns Philips. Da fällt mir ein, dass ich Anfang der 80er Jahre ein Jahr lang als studentische Hilfskraft bei Philips gearbeitet habe. Es ging damals um die Kopplung einer hochauflösenden Kamera an den soebenen erfundenen 386er-PC, der sich in den Folgejahren mehr und mehr auch in privaten Haushalten etablierte und zum ersten echten Home-PC nach dem C64 avancierte. Unglaublich, wie lange das schon her ist. Geradezu hoch aktuell ist im Gegensatz dazu dieser schwebende Kreisverkehr für Fahrräder. Die höchst innovative Fahrradbrücke Hovenring. Diese Hängebrücke mit 24 Abspannseilen wurde an einem 70 Meter hohen Pylon aufgehängt. Ich muss schon sagen, dagegen sind die weißen Streifen, die deutsche Behörden als Fahrradwege auf die Straßen malen lassen und die damit sowohl die Radfahrer als auch die Autofahrer stören, geradezu beschämend. D-Mike Echo, Mike Zulu, I'm back on your frequency again. Mike Zulu, roger. Q&H is 1015. D-Mike Echo, Mike Zulu, Q&H 1015. Lange Information, hallo, D-Mike Echo, Mike Zulu. D-Mike Echo, Mike Zulu, Lange Information, hallo, ein Flugplan von Echo Hotel Mike Zulu nach Bonhangela. Ja, genau so ist das, D-Mike Zulu. D-Mike Echo, Mike Zulu, verstanden und identifiziert in 3200 Fuß Squawk 7742 und das Q&H 1014. Das Q&H 1014, Squawk 7742 kommt. D-Mike Echo, Mike Zulu. Kurze Zeit später sehe ich dann auch die erwähnte und inzwischen auch aktive EDR um das Fußballspiel in Köln. Wie man sieht, ist alle Vorsicht zwar richtig, aber im Ergebnis auch unbegründet gewesen. Die Verbotszone hält sich in ihren Ausmaßen doch sehr stark in Grenzen. Weitere zehn Minuten später bin ich in Bonn und bereite mich auf die Landung vor. Eine richtige Landung soll es gar nicht werden, lediglich ein Touch and Go. Aber um die Bedingungen zum Schließen des Flugplans korrekt zu erfüllen, muss ich den Flieger einmal kurz aufsetzen. Es ist dieselbe Problematik wie beim Hinflug. Die fehlende ICAO-Kennung unseres Segelflugplatzes macht es eben umständlich, im Ausland kommuniziert zu werden. Auch die deutschen Fluglotsen machen solche Änderungen während des Fluges nicht so gern. Ich habe das schon mehrfach ausprobiert. Diesen Diskussionen gehe ich heute einfach komplett aus dem Weg. D-Mark-Eco-Mark Sulu Position Rote Schule, drehe ein, rechter Gegner, Flug 1-1. Ja, hallo Herbert. Hallo Jürgen, grüße dich. Ich fliege leider gerade weg. Das tut mir leid, wohin? Genau. D-Mark-Eco-Mark Sulu dreht Entlandflug 1-1, Touch and Go zum Schließen, Flugplan und dann weiter zur Mönchseide, bitte. Wo kommst du her, Herr Armut? Aus Holland, Mitten-Seeland, ECO-Hotel Mike Sulu. Genau das richtige Wetter, Herr Armut. So ist das. Normalerweise quatsche ich nicht auf den normalen Frequenzen, aber diese Situation ist eine Besonderheit. Wenn mich nämlich der Mann fragt, woher ich denn dieses Mal komme, der mir das Fliegen beigebracht hat, ja, dann mache ich ihm zu Ehren doch eine Ausnahme. Lieber Jürgen, diesen Flug und dieses Video widme ich dir. Musik 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 Mike Zulu, Plan ist geschlossen, 27, dann noch einen schönen Flug, ciao. Großartig, danke und bis zum nächsten Mal, tschüss. Eltermark, Ecomark, Sulu verlässt die Frequenz und die Platzrunde Richtung Südost, tschüss. Deltamark, Sulu dreht Endland, Flug 1.0. So, und dann bin ich wieder daheim. Ein fantastischer Flug an einem phänomenalen Tag zu einem großartigen Flugplatz. Das hat mir richtig gut gefallen und ich glaube, ich werde gelegentlich noch weitere Flugplätze in den Niederlanden besuchen. Das war wirklich eine tolle Story heute.